Willkommen bei der Sozialstation Möller. Seit 1990 sind wir Ihr Ansprechpartner in Sachen Pflege. Unsere geschulten Pflegekräfte sind jeden Tag in der Region Jüterbock, Luckenwalde und Hohenseefeld für Sie da. Ob Betreuung nach Pflegestufe, Unterstützung bei der Haushaltsführung, ob regelmäßige Beratung zur Pflegestufe, ambulante Wundversorgung oder Medikamentengabe, ob Unterstützung für Familien oder liebevolle Pflege chronisch kranker Kinder oder ob zuverlässige Betreuung und Pflege dementer Menschen. Unsere geschulten Pflegekräfte kommen zu Ihnen und übernehmen alle Aufgaben kompetent und einfühlsam. Im Rahmen der Pflegehilfe übernimmt unser geschultes Personal alle von den Pflege- und Krankenkassen angebotenen Leistungen. Von der Körperpflege bis zur Mobilisierung des Patienten. Wir sind für Sie da, wenn Sie die medizinische Versorgung im Alltag nicht selber leisten können. Dazu übernehmen wir alle Aufgaben, die Ihr betreuender Arzt verordnet. Wenn die alltäglichen Arbeiten zu viel sind, bieten wir Ihnen Hilfe im Haushalt. Ob einkaufen, putzen oder waschen, unser Personal unterstützt Sie, rücksichtsvoll und vertrauenswürdig. Um den Pflegestandard zu Hause zu gewährleisten, schreibt der Gesetzgeber regelmäßige Beratungsbesuche vor. Wir führen die Beratungsgespräche und stellen Ihnen Hilfsmittel zur Erleichterung des Alltags vor. Ob Mama oder Papa mal ausfallen oder Ihr Kind chronisch krank ist, im Rahmen der Familienpflege und der Kinderpflege unterstützen wir Sie bei der Versorgung und Betreuung der Jüngsten. Damit auch Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz in ihrer gewohnten Umgebung leben können, bieten wir eine qualifizierte Betreuung und Versorgung von demenziell veränderten Menschen an. Sozialstation Möller – was dürfen wir für Sie tun?